Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Hinter mir ist sie, die Himmelsscherbe, und ich komme nicht dran. Ich kann hier versuchen, hochzuspringen, wie ich will, ich bin einfach zu klein. So ganz kurz könnte man das eh klicken, aber es reicht nicht, um die Himmelsscherbe wirklich einzusammeln. Selbst als Hochelf, ihr seid zu klein, und auch als Khajiit könnt ihr nicht hoch genug springen. Ihr kommt von dieser Seite hier einfach nicht dran. Wie ihr drankommt, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wo befinden wir uns überhaupt? Wir sind in Dunkelforst, und zwar im Untergangsgewölbe Porchixit. Und ja, da seid ihr jetzt wahrscheinlich auch oder gewesen, sonst werdet ihr nicht hier bei meinem Video gelandet. Ich gehe mal davon aus, dass ihr von dieser Seite hergekommen seid. Da gehen wir auch bitte wieder zurück. Einmal auch wieder hier durch. Und wenn wir hier genau durch die Mitte gehen, sollte es eigentlich auch keine Aggro geben. Ansonsten einfach schnell laufen. Dann könnt ihr ohne Kampf die Tür auch wieder benutzen hier. So, wir müssen jetzt hier einfach geradeaus bis zu dieser Brücke vor uns. Die einmal hinauf, bis ihr bei dieser Tür hier angelangt seid. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz, sonst kann ich hier nicht rein. So, jetzt können wir hier rein. Dann laufen wir hier einmal durch. Hier ist ein Mob an der Seite. Wenn ihr ziemlich am Rand lang geht und schnell genug seid, solltet ihr eigentlich auch ohne Aggro durchkommen. Dass ihr dann auch schnell durch die nächste Tür durchflitzen könnt. So, jetzt sind wir wieder bei der Himmelsscherbe, wie wir gerade sehen. Aber etwas weiter höher. So, und wenn wir dann hier um die Kurve gehen, tadaa, sind wir endlich bei unserer Himmelsscherbe und können sie entsprechend einsammeln. Wenn dieses Video hilfreich für euch war, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Elder Scrolls Online und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.